Um Linux-Programme unter Chrome OS auf ihrer Smart Chromebox G3 zu installieren, reicht es aus, aus der Programmübersicht das Programm Terminal in der Gruppe Linux Apps zu starten. Jetzt muss lediglich der folgende Installationsbefehl verwendet werden. Um beispielsweise LibreOffice für Linux auf ihrer Smart Chromebox G3 zu installieren, müssten Sie den folgenden Befehl ins Terminal eingeben. Am Ende der Installation kann das Programm dann durch Eingabe des Befehls LibreOffice gefolgt von Enter gestartet werden. LibreOffice startet jetzt als eigenständiges Programm parallel zu all den Chrome OS oder Android-Apps auf ihrer Smart Chromebox G3. Verlassen Sie das Terminal durch Eingabe von Exit, können Sie jetzt LibreOffice auch jederzeit aus der Programmübersicht von Chrome OS aufrufen. aufrufen.